einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen bei snowsfreak.com wir sind natürlich immer noch im chew bag marathon chewing bags marathon oder auch nordic chew genannt und zwar haben wir heute zur verfügung gestellt von northerner haben wir heute den u sample original und da schauen wir uns gleich mal die dose an wie das so aussieht also hier haben wir die u sample nummer fünf dose das ganze kommt aus dem hause ag snus jawohl und wir haben hier ein ja wir haben hier 0, ach so erstmal die dose also hier die dose ist grau mit dem roten mit der roten schrift drauf an der seite u sample und dann der bahnhinweis white portion extra strong die entsorgungskammer dann kann man dann hier vielleicht denn das ag snus logo sehen dann haben wir hier die portion das sind das sind white portion wobei man auch merkt dass der tabak doch feucht ist ja das material für sich auch super an wir haben hier ein portion gewicht von 0,7 gramm total gewicht an 16 8 gramm und nikotin pro gramm haben wir hier 20 also es wird sich runter rechnen auf keine ahnung 17 oder so schätzungsweise relativ also relativ starker starke nikotin so nun dem ganzen fehlt natürlich noch der geruch also ich habe jetzt gesehen die beschreiben das als citrus geruch aber ich würde sagen das ist so der typische wenn man den kapten original kennt dann kommt er dem glaube ich so weil ich mich erinnern kann relativ nahe hatten sehr ja also da ist definitiv bergamot bergamotte citrus drin man riecht es doch sehr stark raus ja und riecht man auch diesen relativ ja ich will mal sagen relativ milden tabak auch noch raus und ja also der bergamot kommt raus bergamotte citrus und dann tabak also man kann sagen sehr so dass so gesehen relativ traditioneller geschmack in schweden also so der snus ist er so eher traditionell dass es den auch in julenbergs gibt finde ich persönlich gut und kann diese diesem schulberg auch ich sag mal was abgewinnen von daher kann ich dem auch ja kann ich dem auch beruhigt mal sieben von zehn dosen geben ja weil er halt doch ja ja traditionellen schwedischen traditionellen snooze geschmack hat und das ganze auch ja einfach wissen solider schmeckt man schmeckt halt etwas man merkt halt sagen wir mal so dass die dass die firma schon etwas erfahrung hat also sieben von zehn zehn dosen für ein tunberg ist schon mal nicht schlecht also ja also ich will ja die tunbergs nicht falsch machen ich beurteile einfach nur nach meinem nach meiner geschmacksrichtung das kann für euch anders sein und deshalb auch die bewertung bei einigen vielleicht auch besser ausfallen ja ich teste nur nach meinem geschmack und zeige ganz einfach ob sie schmecken diese kann man natürlich auch bei northerner bestellen die die haben glaube ich sogar moment rabatte so eine weile und ja das war es eigentlich schon für den für den sechsten tag von dem snooze marathon und wir sehen uns auf jeden fall morgen wieder und falls du noch richtigen snooze probieren willst oder kaufen willst dann guckst du unten in der video beschreibung dass der snooze mitbring service auf facebook ansonsten wie gesagt sehen wir uns morgen wieder bis dahin keep on chewing und bis dann